Herzlich Willkommen bei uns hier im REWE-Markt in Uselsing. Mein Name ist Ramazan Zor, ich bin der Marktmanager vor Ort. Unser Laden hat eine reine Verkaufsfläche von 1900 Quadratmetern. Unsere Obst-Gemüse-Abteilung ist ca. 180 Quadratmeter. Wir beschäftigen hier im Laden 65 Mitarbeiter und 7 Mitarbeiter in der Obst-Gemüse-Abteilung. In der Obst-Gemüse-Abteilung bieten wir regionale, internationale, lokale Exoten und frische Kräuter an. Die Spezialitäten nehmen ungefähr 60% von meinem Gesamtangebot ein. Wir legen bei unserer Präsentation den äußersten Wert zur Frische, Warenpräsenz und Neuheiten. Wir führen regelmäßige Verkostungen, Exoten, liebe Bioartikel und Neuheiten durch. Rund um unser Sortiment bieten wir Rezepte, Warenkunde, Bücher und Info-Flyer an. Und außerdem sind unsere Mitarbeiter gerne bereit, Tipps und Tricks zu verraten. Zusätzlich bieten wir unseren Kunden Fertigsalate an, die jeden Tag von uns frisch zubereitet werden. Warenpräsenz, frische und sowie hilfsbereite Mitarbeiter sind hier kontinuierlich zu jeder Tageszeit anzutragen. Kompetenz, Freundlichkeit und ein offenes Store, das ist das, was unsere Mitarbeiter ausmacht. Unsere Obst-Gemüse-Abteilung ist was Besonderes. Sie liegt uns hier im Markt sehr im Herzen. Das äußert sich zum Beispiel dadurch, dass wir wöchentlich 250 Arbeitsstunden in unsere Obst-Abteilung investieren. Besonders freut uns die Zusammenarbeit mit einigen Landwirten aus den Umgebungen. So können wir den Kunden echte Regionalität bieten. Aktuell beliefern uns drei Bauern, unter anderem mit Kürbissen, Pilzen und Kartoffeln. Und saisonal haben wir nur unseren Erdbeerbauer, Kirschen und Spargel.